Meine Lieblingszeitung ist die Allgemeine Zeitung und die lese ich jetzt digital. Bleiben auch Sie immer und überall auf dem Laufenden. Entdecken Sie das E-Paper bereits am Vorabend. Top aktuelle Nachrichten in der News-App und exklusive Plus-Inhalte auf allgemeine-zeitung.de. Und das Beste, ein neues iPad oder Samsung-Tablet gibt's gleich mit dazu. Die Allgemeine Zeitung. Digital, regional, unverzichtbar. Jetzt bestellen unter allgemeine-zeitung.de slash tablet. Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 11. April. Attacken auf queere Menschen in Wiesbaden, Waldbrandgefahr in hessischen Wäldern und wie es beim SC Klarental weitergeht. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. In Wiesbaden gibt es immer wieder Attacken auf Menschen der queeren Community. Der Leiter der LSBT-EQ-Koordinierungsstelle im Rathaus, Stefan Kreh, hat nun berichtet, dass er selbst in seinem Leben bereits dreimal Anzeige wegen homophober Übergriffe erstattet habe. Und hundertmal nicht. Er sei sich sicher, dass die Dunkelziffer sowohl bei verbalen als auch bei körperlichen Attacken hoch sei. Vor allem junge Leute seien regelmäßig Opfer. Doch viele hätten immer noch wenig Vertrauen in die Polizei, hat der 37-Jährige festgestellt. Häufig würden außerdem Verfahren eingestellt, weil kein Täter mehr ermittelt werden konnte. An einem runden Tisch nehmen nun auch Vertreter der Polizei und der Opferhilfsorganisation Weißer Ring teil. Strafbare Angriffe würden polizeilich verfolgt, betont die Polizei. Und ergänzt, dass es im Präsidium Westhessen mittlerweile eine eigene LSBT-IQ-Ansprechstelle gibt. In der Kirche St. Johannes in Rambach entsteht das neue Gemeindezentrum des Deutschen Alpenvereins, Sektion Wiesbaden. Noch dieses Jahr soll die Eröffnung stattfinden. Schweren Herzens gaben die Rambacher ihre Kirche auf, weil immer weniger Besucher in die Gottesdienste kamen. Als Erinnerung an die Kirche wird es ein Gedenkort an der Straße geben. Die Hanglage der Kirche war eine Herausforderung für den Architekten. Zuerst mussten auf 2000 Quadratmetern Bäume gefällt werden. Das neue Gemeindezentrum wird ebenso ein Ort für die Jugend. Ein Grillplatz für Jugendliche des Vereins und ein Erlebnispfad für Kinder entstehen dort. Der Verein möchte möglichst viel in der Kirche erhalten, das Gebäude jedoch auch für eigene Zwecke umbauen. Dafür stehen sie in engem Kontakt mit dem Denkmalschutz. Eine Kletterwand wird gebaut und die Kirchglocken werden entfernt, alle Fenster werden erneuert und ein Veranstaltungsraum entsteht. Für den 1. SC Klarental scheint in diesem Frühjahr doch noch alles rund zu laufen. Lange suchte der Verein vergeblich einen Nachfolger für den scheidenden Vorsitzenden, Michael Tillmann. Sogar die Abwicklung des Vereins stand im Raum. Bei der Mitgliederversammlung am kommenden Montag wird sich ein Vorstandsteam um den bisherigen Leiter der Abteilung Jugendfußball, Nico Haal, zur Wahl stellen. Ich möchte auf die Jugend achten, damit die mehr im Verein aktiv ist als auf der Straße, erläutert der designierte Vorsitzende. Die Versammlung, zu der die rund 700 Vereinsmitglieder eingeladen sind, wird im für 125.000 Euro sanierten Clubhaus stattfinden. Das Vereinsheim war im Oktober 2022 in Brand geraten. Die Böden in den hessischen Wäldern erscheinen Besuchern auf den ersten Blick extrem feucht. Dennoch besteht in Teilen des Landes derzeit das Risiko für einen Waldbrand. So besteht laut dem Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes DWD in verschiedenen Regionen, beispielsweise in Südhessen oder im Vogelsberg, aktuell die Gefahrenstufe 3 von 5. Das entspricht einer mittleren Gefahr. Teils lag der Index in den vergangenen Tagen noch höher. Bei der Berechnung spielen unter anderem Lufttemperatur, Windgeschwindigkeit und Niederschlag eine Rolle. Derzeit ist aber hinsichtlich der Brandgefahr vor allem entscheidend, dass die Wälder noch kaum belaubt sind und den Boden nicht beschatten, erklärt ein Waldbrandexperte vom DWD. Der Fachmann betont, bei Warnstufe 3 ist es noch nicht so, dass der kleinste Funke ausreicht, um einen Brand auszulösen. Aber er der Wald könne durchaus brennen. Ein tödlicher Unfall auf der A66 bei Hofheim sorgte im Oktober 2020 für viel Aufsehen und Empörung, auch weil hochmotorisierte Sportwagen involviert waren. Eine 71-jährige Frau starb damals in ihrem brennenden Auto, nachdem sie mit einem anderen Wagen kollidiert war. Vorausgegangen war dem Unfall ein Autorennen mit mehreren Beteiligten. So sehen es zumindest die Staatsanwaltschaft und das Frankfurter Landgericht. Letzteres hat nun die Anklage gegen drei mutmaßliche Raser zugelassen, die sich knapp vier Jahre nach dem Unfall vor Gericht verantworten werden müssen. Der Prozess der großen Strafkammer des Landgerichts Frankfurt beginnt am 28. August. Angeklagt sind die Männer unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Ob die Anklage gegen einen 59-jährigen Pfarrer, der mit einem Fahrfehler die Kollision verursachte, zugelassen wird, ist noch nicht entschieden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.wiesbadener-kurier.de Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vrm.de